Hier ist Tommy von EKG & More und heute geht es um meinen Social-Media-Auftritt hier im Wochenupdate. Ich werde oft gefragt von vielen Leuten und auch angeschrieben von professionellen Social-Media-Agenturen, warum willst du nicht mit mir zusammenarbeiten oder auch die Leute fragen mich, warum machst du das nicht mit einer professionellen Social-Media-Agentur? Ich sage euch ehrlich, weil ich das gar nicht möchte. Ich möchte, dass das authentisch hier rüberkommt. Ich weiß, dass ich mich manchmal beim Sprechen verhaspel. Da sehe ich aber kein großes Problem damit. Ich weiß auch manchmal, dass ich äh, äh sage, auch das gehört dazu. So bin ich halt. Aber mir geht es darum, euch so authentisch wie möglich rüberzubringen. Erstmal, welche Fahrzeuge gibt es denn im Bereich der Elektro-Kleinfahrzeuge? Das ist ganz wichtig. Zweites Thema ist, welches Fahrzeug passt denn überhaupt zu dir? Das ist auch ein ganz großes Thema. Und auf was musst du dich einstellen, wenn du dich für so ein Elektro-Kleinfahrzeug hier entscheidest? Ich werde jetzt in Kürze, ich habe jetzt mein Sortiment auch extrem erweitert, ich werde in Kürze auch mit Vergleichen im Bereich unseres Sortimentes beginnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel vier vierrädrige Elektro-Kabinenroller jetzt am Lager. Da geht es diese Woche mit den nächsten Fahrzeugen los. Wenn ich dann jedes Einzel vorgestellt habe, werde ich diese Fahrzeuge auch untereinander vergleichen. Wir haben im Bereich der Cargo-Fahrzeuge nochmal aufgerüstet. Da gibt es diese Woche auch noch ein Video dazu. Also es tut sich sehr viel. Wir haben jetzt auch die dreirädrigen Kabinenroller, zwei unterschiedliche Fahrzeuge am Lager. Da werde ich euch auch einiges zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles diese Woche noch hinbekomme. Aber nach und nach werdet ihr ganz viel Content im Bereich der Cargo-Fahrzeuge, im Bereich der Kabinenroller. Und was jetzt auch ans Lager kommt, sind unsere neuen Senioren-Modelle. Da werde ich euch auch dementsprechend vieles vorstellen, miteinander vergleichen. Was macht für dich Sinn, warum dieses Fahrzeug Sinn macht, warum jenes Fahrzeug Sinn macht. Wo liegen die Vorteile beim einzelnen Fahrzeug. Und wie gesagt auch, was musst du tun, um lange Spaß an deinen Elektro-Kleinfahrzeugen zu haben und so weiter und so weiter. Ich bleibe auf jeden Fall authentisch. Ich bleibe so, wie ich bin. Es wird hier keine professionelle Social-Media-Agentur für mich arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Des Weiteren wäre es toll, wenn du das Video kommentierst. Das ist gut für den Algorithmus. Über ein Like für das Video würde ich mich freuen. Ganz toll wäre es, wenn du das Video teilst, weil das so die Reichweite erhöht. Solltest du Fragen zu unseren Elektro-Kleinfahrzeugen haben, findest du hier unter dem Video in der Infobox meine Webseite mit all meinen Kontaktdaten. Nimm ruhig den Hörer in die Hand. Ich weiß nicht, ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao. Ciao. Tισaito mir. Ja.